Seit Menschengedenken hat der Mensch bei Nacht staunend zum Himmel geschaut und gerätselt, was wohl jenseits unserer Erde liegt. Auf den Schultern von Giganten stehend haben wir einen weiten Weg zurückgelegt. Von den ersten Himmelskarten zu komplexen Teleskopen, die den Himmel durchforsten. Während der vergangenen 50 Jahre sind wir in den Weltraum vorgedrungen, haben die Fesseln der Schwerkraft abgelegt und eine neue Ära der Forschung eröffnet. Von der Erde zum Universum, jetzt im Planetarium. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.